Willkommen bei COSMA Sicherheit. Der Alltag steckt voller Risiken. Missgeschicke passieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich hierbei um kleine oder größere Probleme handelt. Wie gut sind Sie versichert? Wie zeitgemäß sind Ihre Versicherungsverträge? Wie gut passen diese noch zu Ihrer Lebenssituation? Wo sind Ihre Sicherheitslücken? Und verbindlich analysieren wir Ihre Versicherungsverträge, prüfen, ob diese zeitgemäß sind und zu Ihrer Lebenssituation passen. Sicherheitslücken schließen wir sofort. Natürlich ist COSMA zu 100% anbieterunabhängig und bietet Ihnen den passgenauen Schutz zu günstigen Preisen. Und die regelmäßige Überprüfung auf Aktualität gehört bei uns zum Standard. Und bei Fragen rufen Sie einfach Ihren COSMA-Berater an, denn der hat immer die passgenaue Lösung. Sicher und sorgenfrei durchs Leben mit COSMA